Wir sind noch nicht auf der Höhe, das ist diese... Aber mir fällt der Name gerade... Was ist denn hier unten im Wasser? Gehst du noch weiter? Bitte! Diese dicke, fette Pflanze... Fette Pflanze... Oh, da beamt er sich einfach kurz... Ich bin nicht mit uns vorhin... Alles kaputt machen, ich will Dschungel-Grassart haben... Geil ist, ich kann das eh nicht einsammeln, weil es verzögert gedroppt wird... Jo... In der Zeit bin ich schon längst weg... Mein Gott, was soll denn das? Ich glaube ich mach mal... Ach, bei dir ist es jetzt auch mal kämen? Jaja... So ist das immer bei mir gewesen, du sagst immer... Bei mir nicht... Aber bei mir war es ja auch nicht... Ich weiß auch warum... Ja, ist ja schön... Ich mach mal kurz den Speedtest und guck mal... Du bist sau leise bei mir... Ja... Ich bin leise... Ja... Ja, dann stell mich lauter... Ich schreie hier schon das ganze... ganze Wohnung... Ja... Ich bin zugebrod... Plötzlich wieder... Wat? Hier ist nur Schei... Ey... Ich habe einen interessanten Trang... Strahlen... Trang... Strahlen... An der Runde... Machst du, ne? Ja... Wo ist das noch? Im Hohlraum Kevin... Probierst mal Luft... Ich auch... Hab ich oft gar nicht gesehen dass du neben mir bist... Ich... HNALT produced I am Flexen... HANALT hat sie nicht am Arsch einfach mal auszudrücken alt sieht's aus als ich besucht nicht mal den Speedtest kann es richtig laden also kann passieren wie lange ihr noch da seid bei mir von einer Stelle raus die ganze Zeit rumkehlt nur Piedrin, der haut bei mir ganz normal bei mir auch Aua Aua müssen wir mit leben Alter, meiner haut so langsam die Spitzhacke und voll die Scheißdinge in das Wort Kevin ja, aber die Beste, die wir bisher haben können ne, der haut ja schneller das stimmt ja hier fick dich wie viel Wasser hierbei ist also ich weiß ja nicht was da los ist Ring von 20 Millisekunden, Download von durch die Mund von 2M und Upload von 38M das müsste eigentlich von vorne und hinten reichen Geil was denn ich hab ganz viel Schlick gefunden meins, geh weg das landet sowieso alles in der Erztruhe also es ist scheißegal nein, das ist mein Extra-Dinator das ist mein Pet leg mich du durftest doch bestimmt schon keine Ahnung wie oft das machen du hast das bisher jedes Mal gemacht ich hab auch gefarmt wie sonst was ja, ich hab da auch meinen Krempel reingetragen na 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 wo jetzt hin? wo wollen wir jetzt? genau weiß Dschungel, ey ja, die Dschungel spawnen Leute diese leuchtenden Dinger die brauchen wir die brauchen wir ja, wenn wir diese ähm die Grasklinge haben wollen ja, na klar wissen wir ja die brauchen schon Grassaat auch hör die mal auf da runter zu pullen ich will doch in den Raum zurück ja, dann geh doch ja, unten ist nämlich auch noch was äh 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 luft ist so ein Problem, ey in der Welt lass mal den Käse erstmal ablaufen ja äh 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 die Häse Und rechts ist dann halt geil äh ab darunter nice Und den Sankt kannst du eigentlich schickern oder? Jaaaa Das istri- Mehr oder Weniger Ja, ich weiß grad nicht, ob man das Stacheln auch für das Schwert braucht, ich schätz mal schon. Wie die Talstatue geht's ja noch ein bisschen ab. Das Blöde ist, ich hätt den Geilteuer fallen sollen. Was? Ja, was man alles für das Dings braucht. Grasblade? Ja? Kann ich nachgucken, wie ging? Geht doch schnell. Bist doch an der Aufnahme, oder? Ja, ich schon. Ja, dann guck ich mal nach. Oh, hier oben ist ne Truhe. Nein. Fuck, da war ich doch gerade. Die ist ein bisschen weiter weg. Baut auch ein bisschen. Gut, dass wir schnell kommen. Das ist aber nicht nur ne gelbe, oder? Ne, eine braune. So ne Waldtruhe, weißt du? Da kommen übrigens gute Items, die wir noch nicht haben. Ja, die müssen wir jetzt noch ein bisschen hoch. Das war das erste, so tun wir Sporen. Ja, kann man ja. Muss ich mal fucking machen. So, 12 Spannen, 15 Stacheln braucht man für einen. Cool, bitch. Das heißt 24 Sporen und 30 Stacheln. Also Sporen habe ich jetzt 8. Oh, da sind zwei Räume, Simon. Zwei? Ja. Ich bin nur ein gerade. Ja, ist ja auch zwei. Ach da, ja stimmt. Aber okay, ich bin auf dem Weg weiter nach Runde. Hast du den schon angeguckt? Nein. Da ist noch ein Herz unten. Da ist noch ein Herz unten. Wilde Klauen habe ich. Heiltrank, Federsturztrank. Aber wir sind alle auf dem gleichen Niveau vom Leben her, oder? Ja. Jetzt, ja. Ja, dann... Hau rein! Ja. In der Truhe war nichts so tolles. Das Beste war eigentlich schon am Miet. Gold. Eier gehen können. Hier ist eine blaue Truhe. Hier ist eine Wassertruhe. Cool. Hier kommt ein blaues Biom. Ich kann mich nicht anschauen, die Truhe. Bei mir geht es eigentlich gerade. Nein, ich kann nicht anfangen. Wäre ich dich zugebaut oder so? Ja, jetzt geht's. Dreizack Schaden. Also ich muss sagen, ich glaube, es wird definitiv Zeit für einen neuen PC. Also für einen... für einen richtigen Gaming-PC. Weil das, was der Speedtest gerade gezeigt hat, liegt definitiv nicht am Internet. Ja. 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 Ja, ich darf es da. Das ist nicht so gut, oder? Ja. 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 Ich hab verschiedene Herzen gerade. Ja. Ich hab hier zwei Herzen überhaupt... So jetzt hab ich eins liegen gelassen nirgendwo. Der hat mich aufgesammelt Das ist natürlich scheiße. Ah hier ist es. Hallo? Ah. Ja. Hallo. 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 Ja, auch. Darf ich nachwachsen? Komm mal scheiß drauf, die Tore. Wo seid ihr denn grade? Ich bin irgendwo lang gelaufen. Ich bin grad etwas weiter unten, aber Kevin ist relativ weit weg. Wie gesagt, ich hab zwei Arten gewonnen und ich weiß nicht wo ich bin. Ja, okay, ihr seid beide grad relativ gleich weit von mir weg. Ich glaub, ich versuch mal wieder auf... Hier ist voll viel Dschungel, aber übelst. Kein Wasser und nix anderes. Ja, wo du bist? Ja. Weil geht's halt nach oben und nicht nach unten. Ja, das ist das Problem. Ich hab... warte, ich hab Silent Damage bekommen. Unten gibt's einfach mal potenziell besseres Zeug. Ja, ich weiß nicht ob's nach unten auch geht. Ich hab Wolken in der Flasche, brauchen wir nicht, oder? Ich hab Wolken in der Flasche. Ich hab auch Wolken in der Flasche. Hast du auch eine? Ja. Warte, ich bin grad so voll dran. Lass nach unten, Petri. Noch ein Herz. Das ist dann wohl für ein... Ne, das ist für dich und Simon. Ich hab dort... ich hab jetzt drei Herzen. Ach, ich bin ja schon jetzt am Maximum angekommen, geil. Hast du schon 400? Echt? Ja, 400. Oh! Was ist das? B2A. Das ist ein Item, das kannst du einzeln... äh... Es macht gegen Gift Immun. Cool. Ach, das Ding, das hatte ich doch auch mal, Kevin, oder? Wir müssen auf jeden Fall weiter runter, hier bringt nichts. Das Item ist Bestandteil... Bestandteil von einem Item, was man sich craften kann, was... Ich glaub so circa 10 von diesen... Anti-Effekt-Items hat. Und so... So ein richtig übnes...